Das ist der Weg. Dir macht das Ganze auch noch Spaß, was? Je schwerer es für uns ist, desto schwerer auch für sie. Vertraust du mir? Ja, natürlich vertraue ich dir. Schließe deine Augen. Ich soll meine Augen schließen, damit du weißt, dass ich dir vertraue? Schließe deine Augen. Ist sie tot? Kein Stück. Was machst du da? Ich habe noch eine Überraschung für meine Freunde. Gott verdammte Scheiße! Ich mache dich richtig fertig, du Arsch. Würdet ihr diskreter sterben und ein bisschen Tempo vorlegen, hätte Boudreau weniger Zeit, sich diese Witzchen zu überlegen. Jerome! Hätten Sie wohl die Güte? Aufzupassen, wo Sie hintreten, ja? Weiter! Wunderbar! Wunderbar! Also manchmal überrasche ich mich da wirklich. Musik